ein wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem youtube channel ein patch video ist wieder am start f1 24 haut patch 1.10 raus und hat doch das eine oder andere am start wo man sagen kann ja doch ist ganz nett klar ist das jetzt kein patch wo man sagt oh mein gott so nicht sicherlich sind auch ein paar features hinzugekommen wo man sagt koma was habt ihr da denn gemacht aber nichtsdestotrotz einmal möchte ich euch weiterhin informieren weil ich immer noch bock auf das game hat ich weiß nicht grundsätzlich ist das so der eine oder andere sagt aber tut euch mal ein gefallen wenn ihr zweifel habt schaut mal bitte sonntags um 16 uhr bei uns immer vorbei wir fahren in der regel 16 uhr jetzt sonntag also wir haben jetzt den 17 9 also jetzt sonntag fahren wir ausnahmsweise um 16 30 weil die echte formel 1 am start ist aber schaut euch mal bitte an was das für geile races sind was das für enge abstände sind von 1 bis 18 innerhalb von einer sekunde und so weiter und so fort macht euch da einfach mal ein bild davon und guckt einfach was da so sache ist weil ich bin der meinung klar man kann natürlich immer auf dem rumhacken was nicht so gut läuft aber man kann vielleicht auch mal sagen was gut läuft oder immer nur mozzi 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 ist ja auch nicht so geil also dementsprechend kommen wir zu dem wichtigsten dass wir nämlich heute am 17 9 um 16 uhr live sind mit f1 24 dukarriere wobei wenn ihr das später sieht ist es eh hinfällig aber ist egal so kommen wir zu dem wesentlichen also wir haben hier erstmal schön ferrari in qatar schön wir haben ab morgen season 3 ich muss ganz ehrlich sagen mich hat das noch nicht so mit beschäftigt sag ich mal mit den einzelnen events mit allem drum und dran nichtsdestotrotz möchte ich euch aber dennoch informieren dass es das gibt was ich glaube ich schon interessant finden würde dieser eliminierungs modus sag ich mal dass immer der letzte auf der schrecke raus fliegt war für den abend mal ganz lustig dass jetzt mit neuen f2 autos aus der 24 generation könnte ich mir durchaus vorstellen klar das wird jetzt nicht sein wo wir uns die finger nach lecken das nicht aber dennoch wo man sagt doch mal auf jeden fall mal schauen genau neue inhalte darunter der neue podiums pass und shopgegenstände da bin ich auch gespannt also da habe ich ja auch sachlich kritisiert dass ea und code master sich da mal vielleicht mal ein beispiel an weiß ich an warzone oder sowas an call of duty an fortleid oder sowas nehmen können dass man wirklich diesen grind effekt hat ja ich will auch im level höher steigen ich finde das einfach schön wenn man das wenn man das voll hat aber die könnten vielleicht noch mal irgendwie gut das ist bei formel 1 vielleicht schwierig aber vielleicht doch mal irgendwas machen wo man sagt bam ich meine überlegt mal wie geil werden die challenge wenn keine ahnung gerade jetzt wo die spielerzahlen tendenziell eher sinken dass man sagt mensch pass auf wenn keine ahnung zehntausend leute den battle pass auf oder sagt man season pass hier auf auf 100 machen dann gibt es keine ahnung klassikers ist unwahrscheinlich ich weiß aber so wäre das doch eine win-win situation die kriegen wieder spielerzahlen sondern motto wir kriegen unsere klassikers wäre doch geil also ich meine ea marketing kann ich also wenn ihr da wenn ihr da noch mal irgendwie fragen habt dann könnt ihr euch gerne bei mir melden so was ich ganz cool finden könnte ich meine es gibt es ja erst ab morgen oliver beermann und jack dohan haben eine challenge hier mit den alpinen und die f2 2024 track mastery series was auch immer das genau beinhaltet dann aber wir werden auf jeden fall mal reinschauen das kann ich mir sehr gut vorstellen dass der podiums pass neu aus bei uns ist um den aufstieg in den einzelnen stufen zu erleichtern ist jetzt nicht das wo ich sage oh das nicht aber selbst ich der doch relativ viel fährt ich meine komm mal ein bis zweimal in der woche duo karriere der stream geht dann jeweils vier stunden also acht stunden dennoch die drei stunden von dem liegeren also ich sag mal so pro woche spiel ich so zehn 15 stunden in etwa ja es kann mehr sein es kann weniger sein aber so von der idee her und die ersten level gehen gehen im flug aber danach ist das doch relativ schwierig kommen wir doch aber erst mal zu den neuen funktionen meine sehr verehrten damen und herren und da muss ich immer sagen ich finde das gut dass sie endlich am start sind die f2 autos in der 20 24 variante die teams und die fahrer das passt alles soweit was ich allerdings immer nicht verstehe warum warum ist das eigentlich immer erst im september weißt du die season ist schon ja ich will nicht sagen fast vorbei aber wenn das jemand sachlich und mal in die kommentare schreiben würde würde ich mich freuen ich glaube hier brauchen wir nicht groß darauf eingehen sag ich mal auch es wurde eine möglichkeit für personen mit podiumspass vip hinzugefügt einzelne podium passstufen zu kaufen also weiß ich nicht irgendwie hier vorne wo war das haben sie irgendwo geschrieben das wurde erleichtert und hier soll man es denn kaufen ich meine ja gut okay wer das kaufen möchte kann dafür müsst ihr aber auch inhalte liefern wo man auch wirklich sagt ja das wollen wir haben genau weiter kommen wir zu den ganzen visuellen updates und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf auch wenn hier irgendwie ein e fehlt oder vielleicht sind sie dadurch schneller geworden und das ist der hohe top speed wir haben zu den einzelnen teams visuelle updates und das finde ich eine ziemlich schicke geschichte weil der echte formel 1 fällen der wirklich sagt der sieht dass die der sieht dass die echten formel 1 autos mit dem im spiel so ein bisschen ja nicht übereinstimmen sage ich mal und hier hat man halt verschiedene sachen dass wir dass wir halt verschiedene logos und optimierung so weiter haben hier zum beispiel auch optimierung am frontflüge heck diffuser und motorabdeckungsgrill beim alpine als beispiel beim este martin haben wir verschiedene logos das next gen logo aus dem halo wurde entfernt optimierung an der form der seitenkarosserie der motorabdeckung und so weiter also das sind ja schon wesentliche bestandteile von dem auto der haas bleibt so wie er ist beim ferrari haben wir verschiedene aerodynamische teile die auch wieder geändert worden sind finde ich auch schön auch der mclaren hat neue seitenkaste seitenkaste ja seitenkasten einlässe bekommen jetzt den blau grüner streifen unter dem petronos logo auf dem seitenkasten zugefügt aktuell ist so leerer logo also guck mal hier vertauschte position von das also kommt man nur so kleinigkeiten ich meine da werden wahrscheinlich auch wieder viele sagen wen interessiert das von der motto genauso wie die augenfarbe von magnussen ja das ist auch mit sicherheit mal ein running gag gar keine frage bin ich bei euch andererseits kann man aber auch nicht sagen man kritisiert code masters dass die gewisse sachen immer noch nicht wieder in griff kriegen und machen dann halt sowas auch nicht also das ist ja auch wichtig klar ich bin aber bei euch dass sie sich anstatt auf die augenfarbe von jemanden lieber darauf konzentrieren das weiß nicht wie stabil die lobby ist damit ein drum und dran wobei die lobbies wenn man rein nur steam spielt finde ich laufen sie sehr stabil dadurch jetzt eigentlich keine schwierigkeiten dass da groß was ist cross packer noch ein bisschen besser sein aber auch da noch mal den hinweis von mir ea cobers wenn das irgendeiner von euch sieht stellt einfach server zur verfügung oder lasst uns selber einfach server kaufen ich bin der erste sag ich ganz ehrlich der bereit ist auch keine ahnung 20 30 euro was und server halt eben kostet zu kaufen ein würde ich denn nur machen rein für die sonntags rennen für der liga rennen denn ein f2 server ein f1 oder sowas keine ahnung ich wäre sofort dabei roter bull ist ja auch wieder perfekt übersetzt das ist ja auch wieder wieder geil aber geringfügige form anpassung an der oberen haube nein immerhin kick sauber sind doch ein paar mehr sachen die wir hier haben aber ich glaube das brauchen wir nicht alles vorlesen weil es geht im wesentlichen darum dass das meiste von dem patch halt eben die f2 autos sind die jetzt in der 20 24 version sind inklusive der fahrer teams und so weiter und die ganzen logos von denen von den herrschaften hier sag ich mal auch die ganzen lo das muss ja das muss ja auch sein ich meine die fahrer beziehungsweise die teams die aktualisieren ja auch ihre autos warum denn auch nicht im spiel macht ja auch sinn jetzt kommen wir aber auch noch zu einem sehr sehr wichtigen punkt und das ist das ki verhalten und zwar die ki scheut ihren ers einsatz während des qualifanks nun klüger und liefert hotlab zeiten die besser für renn pace repräsentativ sind wir hatten ja immer das problem das hat dave gaming ja auch schon mal gesagt wobei das war auch im vorigen spiel ich bin mir nicht ganz sicher dass die ki in der quali eine andere pace hat als im rennen und häufig war das so dass man in der quali denn ich sag mal 100er ki hatte und im rennen 102 oder andersrum je nachdem und das soll jetzt halt eben vernünftig funktionieren wenn ihr das schon getestet habt schreibt das doch gerne mal in die kommentare rein ob ihr sagen würdet jo dat haut hin das ist wirklich so weiterhin ist es so dass ein fehler behoben worden ist durch das das safety kann nicht aus großer entfernung vom spieler sichtbar war auch das hatten wir schon mal kann durchaus ungünstig enden kleine verbesserung an sichtbaren schäden am heckflügel vorgenommen okay ja immerhin geringfügige verbesserung der reflektion auf der fahrzeugoberfläche in ordnung f1 world es wurde ein fehler behoben durch das die mod effekte von f1 12 teammitgliedern deaktiviert wurden bevor sie es sollten ja du fehler ist fehler es wurde ein fehler behoben durch den ein spezialisten ziel über das absolvieren einer bestimmten anzahl von runden an einem renn wochenende einer herausforderungskarriere nicht vergeben wurde sondern die kriterien erfüllt waren auch wichtig auch wenn es eine kleinigkeit ist es wurde ein problem behoben durch das die drehmoment abgabe an logitech rädern auf der playstation begrenzt wurde ich frage mich immer also ich will das nicht ins lächerliche ziehen aber ich frage mich immer ich habe keine ahnung vom programmieren aber wenn ich das als programmierer absichtlich machen will mache ich denn if logitech real on playstation then begrenzt das oder was ich weiß es aber immer immer wild so verschiedenes es wurde ein problem in liegen behoben durch das das er es tutorial jedes mal abgespielt werden konnte wenn der spieler im training und im quali die garage verließ ah hey ich bin's chef noch mal wir haben änderung er es vor ach wirklich ganz ehrlich mach dich diesen mein kollege in naturkarriere hat in der nähe von einer kirche mal gewohnt und alle 15 minuten dong 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 alter hat das genervt bin ich ganz bei euch ich sag mensch andere ich sag kannst du dabei noch schlafen also ich höre das nicht mehr man gewöhnt sich dran ich will nicht sagen da also am anfang es hat definitiv genervt aber irgendwann war es im voice wirklich so da hatte die das auch also man hat sich immer darüber lustig gemacht ich finde immer man sollte die kirche im dorf lassen ja das hat definitiv genervt und ja das hat mich auch genervt gar keine frage aber irgendwann hört man das einfach nicht mehr und das ist auch mal was feines ne es wurde ein problem behoben das dazu führt dass alle session hat dies als null gekennzeichnet wurden wenn der wenn die formations runde aktiviert war ihr schlingelt ja ansonsten ja ich möchte auf den punkt hier noch mal eingehen vielen dank an alle fahrer auf der ganzen welt die sich gehör verschafft haben und dazu beitragen dass f1 wir uns am besten erleben es für alle spieler zu machen das wird eine standard floske sein die ihr da rein schreibt ich möchte mich auch gar nicht unbedingt immer einen ich will nicht auf den train aufspringen wo alle nur am meckern sind am botzen und ein drum und dran wenn ihr aber doch schreibt vielen dank an alle fahrer auf der ganzen welt was haltet ihr denn mal von der idee also an code masters nie gerichtet jetzt nicht sofort an die spieler wenn wir das spiel starten dass denn so ein kleines wie so ein pop-up fenster kommt wo entsteht keine ahnung nimm dir zwei minuten zeit für die in die umfrage und dann kriegst du den keine ahnung empolgungspass geschenkt so und ich bin mir ziemlich sicher das würden viele von euch machen so dann setzt man sich da zwei minuten hin und dann wird zum beispiel liebe grüße an die entertainment an der stelle wollt ihr dass die fahrphysik vom vom release haben wird die 1 aus wollte das so bleiben wie es ist zwei oder drei fühlt irgendwas aus keine ahnung so der nächste frage was wünscht euch oder keine ahnung was so und dann sitzt auch irgendein community manager der wettet das aus und fertig ist die geschichte das kostet jetzt nicht unbedingt zwangsläufig viel geld für euch wir haben eine win-win situation weil der spieler das gefühl hat was wirklich dazu beizutragen dass das spiel besser wird und ihr habt ein ehrliches feedback nicht nur von kleinen oder großen content creator oder e-sportern sondern auch leute die wirklich in der breiten masse das spiel kaufen und die euch nachher den hintern retten genau weil es wäre echt schade der ein oder andere hat es mitgekriegt sag ich mal dass code mass soll ich nur noch nächstes jahr die lizenz hat von vom 25er f1 und danach könnte es sein dass wir entweder gar kein spiel kriegen oder dass ein anderer entwicklungsstudio dahinter steckt die frage ist immer die wenn das wirklich so sein sollte dass eine andere studie das übernimmt heißt es dann auch unbedingt dass es besser wird es kann ja auch sein dass es schlechter wird weiß man es also von daher muss man natürlich immer ein bisschen bisschen gucken wenn euch das video gefallen hat gerne daumen nach oben schreibt gerne in die kommentare rein wie die ki mittlerweile findet ob ihr auch mal bock habt auf f2 open lobbies und wenn ihr auch lust habt auf ligaren und ihr habt das spiel auf steam dann unbedingt auf twitter oder discord vorbeischauen den könnt ihr euch nämlich bewerben ansonsten sehen uns im nächsten stream im nächsten youtube video und danke dass es euch geht euer me massa bye bye